Liegt gut an Jonas Wahrscheinlich René, ich brauch dich Wohl dir selber Geht grad nicht Ich muss grad mal gucken ob man mich überhaupt hört wenn ich hier kaue Mich hat man letztes Mal auch gehört Sieht irgendwie geil aus was ich da gemacht hab Ist das nicht so wichtig oder holst du dir selber einen Tank Im Magen aus Pumper Hast du den Trecker zurückgesetzt? Ja Na warum Was hast du denn gemacht? Ich hab grad sowas von Ach das ist doch scheiße René ich glaube dein Internet hat heute irgendwelche Macken Ich weiß auch nicht was passiert ey Lol Ok Moment Es hängt schon wieder Lol Hm Hm Krank war scheiß Fängt immer noch Ähm René Wo bin ich? Ähm Ja Wenn's hängt dann bleib am besten stehen Nicht dass du dich festfährst Ja tu ich ja Dann ist ja gut Na jetzt geht's So wer sich fragt Warum ich jetzt Rückwärts dran gefahren bin Das ist weil das Mähwerk zu breit ist und ich sonst nicht dran komme Das hätte man schon gesehen Und ich häng grad schon wieder am Baum fest Man hätte es nicht gesehen weil ich es nicht ausgetestet habe Also es regt mich grad echt so auf Ich weiß ja auch nicht Naja Also bei mir hängt's auf jeden Fall nicht und das ist ja die Hauptsache ne Du hast ja scheiß Spiele spät Ja Das ist vielleicht auch ganz gut so Lass einfach mal irgendwo was liegen ne Wenn wir nicht runter Okay Boah das nicht Ich weiß ja gar nicht Bringt es uns was wenn wir jetzt schon die erste Fuhre Raps wegbringen? Nein Ich glaub ich Moment ich könnte ja mal nachgucken wie viel Raps kostet Wie viel so Raps gehen Also wie viel Genau Habe ich doch gesagt Ja klar Okay da kriegen wir 2300 pro Liter Ne pro Tonne Ähm Wie viele Tonnen sind das? Scheiße Nicht viel Aber das ist doch scheiße Warum geben die den Tankinhalt in Litern an und den Preis in Tonnen Ja Davon dass du so und so viele Glitter hast weißt du ja nicht wie viele Tonnen das sind Doch Weil es fast relativ gleich ist Hören Sie Ich denke mal ein Glitter ist garantiert nicht eine Tonne Nein Aber 10.000 oder Wie war das? Ja das war bei Wasser so Das war bei Wasser so Weil Wasser genau Eine Dichte von 1 hat Ja genau Aber Raps hat ja keine Dichte von 1 Sondern Mehr oder weniger Ich glaube weniger Weil Raps schwimmt ja oder? Schwimmt Raps Keine Ahnung Keine Ahnung Ich glaube schon Ja dann ist es leichter Als Wasser Dreckswasser ja Sehe ich genauso Hm Ich weiß Ne Wer hat da grad gelabert Was? Ich hab gesagt ich weiß Oder hat noch irgendwo wer gelabert Oder hat noch irgendwo wer gelabert Der hat sich grad irgendwie scheiß angehört Ok Das war wohl Ich bin ein Hänger Hm? Wo der He- WTF wo ein Hänger ist? Äh du bist ein Hänger Ähm Ne Ja ist ein Hänger Also der Anhänger steht hier Falls du den suchst Ich stell einfach mal mit Dreck mit Wir könnten ja theoretisch schon mal So nur ganz Äh Also ist nur ne Vermutung Wir könnten ja theoretisch schon mal Hier auf das eine Feld Ähm Raps sehen Ne Ne Nicht Raps sehen Sondern Gras Also falls du nichts zu tun hast Kannst du das ja machen Ich besorge uns in der Zeit Geld Ja Ich will nur umhängen Kipper und so Ne Ist ja klar Ja ist okay Kannst ja dann um Äh du kannst auch Achso ja Okay bist schon dabei Ist okay Ich wollt grad schon sagen Du kannst ja auch den Gelben Zum Sehen nehmen Hab ich ja vor Das hab ich doch gar nicht gesehen Das hab ich doch gar nicht gesehen Sehe dann auch gleich hin an dir her Ne Dann mach erstmal das Gras Also Jaja Na wenn du dann fährst Wenn ich mit Gras fertig bin Muss ich nur aufpassen Dass ich das um Stelle Dass ich den Raps sehe Ja da musst du auf achten Muss mich nochmal dran erinnern Okay René sehe aber keinen Raps Sondern sehe Gras Ja und umgekehrt dann auch bitte Okay René Also du sehst jetzt Gras ne Oder sehst du etwa Raps Was du nicht sollst Jetzt sehe ich grad gar nichts Jetzt gleich sehe ich Gras Okay Bist du dir ganz sicher Dass du Gras siehst Jo Okay dann pass aber auf Dass du wirklich Gras siehst Nicht dass du dann Raps siehst Ja das ist Gras Salzmaul Bist du sicher Ja Dass du Raps äh Gras siehst Kannst ja mal gucken Stimmt könnte ich tun Wachstum äh Ich sehe überhaupt nichts Okay Das blend Du bist noch nicht zu weit Achso ja da okay Ne ich meine ähm Auf der Karte sehe ich nichts Loll Wo ist denn jetzt Ist das gesät? Ja es ist gesät Ich sehe keinen Unterschied Ja dann ist das wahrscheinlich bei dir so Auf jeden Fall ist es bei mir grün geworden Ne ich meine jetzt So sehe ich keinen Unterschied Hä wieso auf der Karte Nein nicht auf der Karte Hä Was willst du von mir? Hier sehe ich jetzt so keinen Unterschied Das ist doch scheiße Dass du das nicht geschissen kriegen Auf jeden Fall ist da ein Unterschied Musst du halt mit Spurreißer arbeiten Ich meine jetzt auf dem Feld Ja das ist scheiße Warum seht die Scheiße jetzt nicht? Ich sehe doch Ich sehe doch dass du siehst Ja aber die Spurreißer Ist noch da bei mir Ja dann mach am besten mit Spurreißer Wenn du das nicht siehst Ja Der Spurreißer funktioniert auch mehr oder weniger nicht Und ich kann ihn nicht weg sehen Ja okay dann ist das Das seht aber hier ein bisschen buggy Ein bisschen Auch warum zeichnen Jedes mal hier diesen geschissenen Angelegen Aber es seht Ja es seht Also zumindest bei mir Gut bei mir nicht Ach du scheiße ich habe jetzt gar keinen Spurreißer reing noch Und schon hat es nichts mehr gebracht Hm Okay Also wenn da nachher irgendwas fehlt ich weiß auch nicht Wir könnten natürlich auch mit Helfer fahren Also dass wir hier einen Helfer reinpacken Und dann mach ich jetzt hier einen Helfer rein Also ich meine Ja dann lass uns aber erstmal gucken wie viel der Helfer kostet Nicht dass der so viel kostet dass wir gleich kein Geld mehr haben Ist jetzt Helfer drin ne? Ja Okay naja so viel kostet der jetzt nicht Wehe der seht in die Falschrichtung alter Weil ich meine es ist ja scheiße wenn du nichts siehst Macht der das denn mit Spurreißer? Ja Hat der den Spurreißer eben gerade gewechselt oder ist der schon immer auf der Seite? Nein er hat den eben gerade gewechselt Und bei dir sieht man das ja das Ja Bei dir nicht? Äh nein Okay bei mir sieht man das Ja ich guck grad mal so Ich muss dann gleich nochmal drüber sehen Weil da noch ein paar Lücken sind und das sieht ja nicht schön aus Aber sonst geht alles Guck mal auf der Karte ob du es da siehst Weiß auch nicht aber ich hab Internet ne? Ja ich muss nur grad Will ich mal gucken wie schnell mein Internet so ist Auch weil auf der Mein Internet ist Mein Internet ist so total schnell eigentlich Okay So sehe ich doch die Spuren vom Spurreißer Äh da haben wir Mh nein bei mir sehe ich nichts Auf der Karte Okay Okay Das ist scheiße Aber egal Soll ich eventuell hier fürs Trashen auch einen Helfer einstellen? Aber der ist dann andauernd voll